. Captain, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, wir haben die romantische Route genommen. Mein gesamtes Team wurde ermordet. Ermordet? Also schön, Doktor. Zeigen Sie uns den Weg. Wir haben uns den Weg. Captain, das Klingonen-Schiff hat sich soeben mit aktivierten Waffen enttarnt. Maschinenraum an Brücke. Ich muss die Maschinenball abschalten, sonst fliegt uns hier alles um die Ohren. Und wenn das Kommando recht hat? Ich war zwölf Jahre auf der Erde stationiert. Ich kenn dich schon verflixt lange, viele, viele Jahre. Hör auf deine Fähigkeiten und vertrau deiner Crew. Die Entdeckung! Die Entdeckung! Die Entdeckung! Die Entdeckung! Er hat genau durch seinen Kopf geschossen. Das heißt, er wurde ermordet? Es war nicht Ihre Schuld, Captain. Wären wir im Schwarzen Loch geblieben, wäre er jetzt noch am Leben. Ich weiß nicht, Captain. Irgendwie hat das alles einen komischen Beigeschmack. Untersuchen Sie diese Quelle und versuchen Sie herauszufinden, was es mit diesen Heilmitteln auf sich hat. Diese Impulskontrolle deutet ganz klar auf ein rationales Denkvermögen hin. Wie lange schon tun sich die Menschen die schlimmsten Gräueltaten an und entschuldigen es damit, dass sie keine andere Wahl gehabt haben? Ich habe mich doch nicht für eine Wissenschaftsmission gemeldet. Um mir auf Geisterjagd zu gehen.